Die heutige Soziologie basiert auf drei Klassikern. Emil Durkheim, Max Weber und Karl Marx. Wir rekonstruieren ihre Theorien, ausgehend von einigen zeitgenössischen Soziologen. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Jürgen Habermas und der Theorie des kommunikativen Handelns. Darin rekonstruiert, kritisiert und integriert er die Theorie des Handelns von Max Weber. Wir betrachten die Theorie des Handelns unter zwei Aspekten. Die Theorie der Rationalisierung und die Theorie der Kultur. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Rekonstruktion der Theorie der Rationalisierung. Das rationale Handeln stellt eine Beziehung zwischen Agent, Zweck und Mitteln her. Das zweckrationale Handeln besteht darin, die Mittel so einzusetzen, dass der Agent sein Ziel erreicht. Gleichzeitig existiert auch das wertrationale Handeln. In diesem Fall ist der Wert das Ziel oder schränkt die Mittel dahingehend ein. Dem ersten Typ entspricht die formale Rationalität und dem zweiten Typ die materielle Rationalität. Das Zusammenspiel dieser beiden Typen von Rationalität nennt man pragmatische Rationalität und sie ist die am häufigsten vorkommende. In Stammesgesellschaften existiert Religion nicht so, wie wir sie heute verstehen. Was dort einer Religion am nächsten kommt, könnte man als Mythos bezeichnen. Religion ist charakteristisch für staatliche und Klassengesellschaften. Der Mythos kann Leiden und Unrecht, dem das Individuum in einer Klassengesellschaft ausgesetzt ist, nicht erklären. Eine Religion ist ein komplexes symbolisches Objekt, für das Weber sich wegen seiner Beziehung zur Welt interessiert hat. Diese Spannung zwischen Religion und Welt führt zu ihrer Entzauberung oder Rationalisierung und beeinflusst die wirtschaftliche Praxis. Mit Weber und Habermas betrachten wir zwei Dimensionen der Religion, Inhalt und Struktur. Im Orient waren Konfuzianismus und Taoismus, wie auch Buddhismus und Hinduismus, Staatsreligionen. Inhaltlich betrachtet handelt es sich um kosmozentrische Religionen. Aber nur Konfuzianismus und Taoismus sind weltbejahend, während Hinduismus und Buddhismus weltverneinend sind. Strukturell betrachtet propagieren Konfuzianismus und Taoismus die Weltanpassung als Heilsweg, während Buddhismus und Hinduismus die Weltflucht propagieren. Judentum und Christentum des Okzidents hingegen sind theozentrisch und weltverneinend. Außerdem propagieren sie die Weltbeherrschung als Heilsweg. Soweit die Aspekte der ethischen Rationalisierung. Habermas sagt, dass sich Lernprozesse nur in einem Bereich der Kultur akkumulieren, und zwar in der kognitiven Dimension. Deswegen vergleicht er den Konfuzianismus mit der griechischen Metaphysik. Im Okzident konzentrierten sich also die beiden Staatsreligionen mit den höchsten Rationalisierungspotenzialen, sowohl in ethischer als auch in kognitiver Dimension. Der Protestantismus und besonders der Calvinismus führten dazu, dass zweckrationales Handeln sich auf zwei Ebenen institutionalisierte, zum einen auf der persönlichen und zum anderen auf der moralischen Ebene. Auf der persönlichen Ebene bekam die Arbeit durch Berufsethik wie auch Gnadenpartikularismus und Vorherbestimmung eine neue existenzielle Bedeutung, die mit der Rettung der Seele einherging. Auf der moralischen Ebene wurden partikuläre Loyalitäten wie Familie oder Nachbarschaft unwirksam. Das ermöglichte eine Wirtschaftspraxis, die sich am Erfolg orientiert und das produktive Potenzial des Kapitals freimacht. Habermas kritisiert diesen Ansatz und sagt, dass Weber sich genauso gut auf andere Phänomene der Modernisierung wie soziale Bewegungen oder kulturelle Handlungssysteme wie die Entstehung des bürgerlichen Staates hätte beziehen können. Aber Weber hat sich auf die protestantische Ethik konzentriert. Dabei hat er, laut Habermas, die Institutionalisierung des zweckrationalen Handelns mit Rationalisierung überhaupt verwechselt. Weber geht darüber hinweg, dass die Rationalisierung aus Lernprozessen besteht, die dem Gnadenpartikularismus der protestantischen Ethik widersprechen. Das Mittelalter in Europa unterschied sich nicht von anderen Gesellschaften seiner Zeit. In allen Gesellschaften gab es ähnliche ungelöste Probleme, die mit dem Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Produktionskapazität zusammenhingen. Der Unterschied in Europa bestand darin, dass diese Probleme als Entwicklungsherausforderungen begriffen wurden und einer neuen Gesellschaft den Weg ebneten. Hier wurde die Möglichkeit der undogmatischen Legitimitäten eröffnet und vorher nie dagewesene produktive Fähigkeiten freigesetzt. Um diese neue Situation zu verstehen, muss man zunächst begreifen, dass die Modernisierung das Resultat eines Differenzierungsprozesses ist. In diesem Prozess taucht ein Typ von Integration auf, der nicht sozial, sondern systemisch ist und auf der anderen Seite wird die soziale Integration im Umfeld des Systems beseitigt. In diesem Kapitel haben wir den Ansatz der Rationalisierungstheorie behandelt. Im nächsten Kapitel geht es um die Theorie der Kultur. Im dritten und letzten Teil betrachten wir die Rekonstruktionen der Theorie des Handelns durch die Theorie des kommunikativen Handelns. Im dritten und letzten Teil betrachten wir die Rekonstruktionen der Rekonstruktionen der Rekonstruktionen der Rekonstruktionen. Vielen Dank.